es ist alle und herzlich kommen zu einer folge ist zu vertreten das habe ich auch noch nie hochgeladen und eigentlich habe ich das so gesehen auf dem channel von und gespielt das hat er wahrscheinlich alle gesehen und um ja wir machen jetzt hier eine runde super jump und der meld ist auch dabei jahre ich bin's der meld ja ich würde einfach mal sagen ich mache ihn kurz und dann sehen wir uns dann wieder gerade live in der lobby drehen oder bis gleich ja bis gleich leute und da sind wir auch schon wieder und wir spielen auf der map cave und halt das ziel hier auf diesem links ist halt so ein bisschen ähnlich oder ich bin auf der linken nein ich bin schon runtergefallen also hier ist es so ein jump and run prinzip halt und das das ganze ist ja vom server ich weiß nicht mehr auch nein multi cube oder so ja ich glaube über die jahre ich auf jeden fall auch bei mir nicht mehr naja also ja hier gezahlt dort darum wer als erster hier die ziellinie erreicht der hat gewonnen und die anderen halt nicht und diese map haben jetzt noch nie gespielt ich hab sie nur beim video von oben gespielt gesehen und sonst noch nicht nein nein ich bin so dumm ich bin so ein richtiger dragon escape typ der der will einfach durchrennen egal um welchen oder in der entscheidenden als gerade richtig gelägt ich habe mich richtig und zu sagen ja wie ich man hat man hat gemerkt weil das ist auch bei melden bei der facecam vorbei und dann schau mal ja ja nein 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 und so ist er mir nur ist er will nur ist er will er ist er will er ist er will ist er will so kann ja ich habe auch gewandt auch kommen warte ich wir gehen jetzt schnell zu superchampen also Prozent wir machen das ja ohne Katis das oder naja du leck können wir auch okay und ich will sagen Prozent welche mehr könnten wir noch machen ich bin wir schon mal mit Rom wo man nicht kaufen muss Prozent schau mal um Ozean Jahr und 50 ja ich bin ein Zeichen drei von drei nein da komme ich gleich mit dem anderen drin ja wir sind nicht zu haben wollen wir nicht noch gerne etwas anderes zum Beispiel Elwin ja warte ich muss das muss ich klicken schon wieder zack ist er nein ich bin drin ja wir wissen es haben wir sind genauer ja das ist die gleiche Map nur jetzt halt hier auf der anderen ja wir haben vorhin der Map gespielt so mit einem Turm und das jetzt halt ein bisschen anders hier als das richtig strenges Kipps Teil das ist jetzt wirklich dringes Kipps dann da werde ich vielleicht weil da nicht gewinnen wir machen vielleicht so ein paar Maps ich weiß nicht ob da euch so was auch mal gefällt das mal ein anderer Spielmodus hier Alter ich bin so schlecht nein nein ich hab's nicht geschafft nein schade 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 ich bin auf jeden Fall auch falsch gesprungen nein schade 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 und ich hab heute richtig wenig Zeit eigentlich hier zum Video machen weil ich hab noch so ne Grammatik Prüfung in Deutsch und Deutsch dass der Kakt richtig ein Prozent 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 ja auch und neulich schade schätze ja gut bei uns ist jetzt von Ferien ne und da gibt es immer viele Prüfungen also zumindest bei mir ja und weiß es nicht wie es beim nein bei was sie immer weiß ich nicht finden neidrohörer nächste Woche habe ich hier noch habe ich jetzt zum Beispiel fast keine Schule mehr werden so äh Zeugs wo man so spezielle Sachen macht und dann cool so zack maa Alter geschafft zack und zack und zack und zack jawohl so jetzt hier noch hier noch nein jetzt kommen so so Nippelsprünge nein nein ich bin in die Nippel reingegangen nein nein ich hasse so nein ich hab einen Jump auf die kleinen Nippel also auf die tieferen Dings nicht geschafft wenn du es ist ich meine ah ja der ist einfach finde ich der Turm baut sich auf auf dem Weg folgen zack zack und zack nein ich hasse diese ich hasse diese Nippelsprünge ich bin ich habe gerne Nippel aber ich habe nicht gerne Nippelsprünge weil dies leute Freunde also ja Nippelsprünge sind Zaun Sprünge vielleicht wenn ihr den Insider nicht kennt auch von Piet Mieter Fakt in der Tierkenn naja sollte eigentlich sollte man eigentlich kennen wenn man so Minecraft spielt und in der Minecraft YouTube Szene am besten aktiv ist dann kennt man das und die erreichbar ist und euch ich bin hier durchgehandt einfach so hö 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 ja ich hab einen Nippel ein Nippel habe ich jetzt letztlich letzter Sprung letzter Sprung ja ich hab gewonnen jawohl ich würde sagen wir machen noch eine Map und wir sehen uns gleich nach dem Cut wieder oder ja bis gleich und da sind wir zur letzten Map die heißt Neta und ja heute gibt es halt mal ein bisschen kürzeres Video als zum Beispiel gestern kam bei mir ein richtig langes Video oh was ist das ne ich weiß es nicht nein ich bin ich bin Lava gesammt nein ich auch scheiße scheiße und jetzt hier oh der ersten Sprung nicht geschafft nein schon wieder Lava nein aber was machen diese Knöpfe da weiß es nicht oh ja Lava geschafft ja ich auch nicht auch Nippel vielleicht muss man hier so schnell wie möglich dann durch ich bin oben ich 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 oh ich glaube ich auch geht das denn zu oder wie und da runter ich geh mal davon aus ne nein nein hier runter hier runter oh ich bin daneben gesprungen ich hab's gesehen also ich bin auf den scheißen was hast du's gesehen du bist du bist grad neben mir du jumps neben mir nein ich bin runtergefallen ich hab's noch zu dir geschaut du bist ein HOMO EREKTUS nein EREKTUS dann wärst du sie auf keine Ahnung vor 10 millionen tausend Jahren bin ich ja auch ok ah darum bist du nicht so die intelligenteste Form der hehehe oh da bist du ja nein ich bin du ich bin ein du ich bin ein du homo sapiens sapiens eieieiei naja Freunde falls ihr wenn ihr das in der schule gehabt habt dann schreibt mir in die Kommentare ich bin ein homo sapiens 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 nein heisst doch so oder? ja 2 sapiens ja ja 2 sapiens und ich bin 3 sapiens NEIN boah digge ich auch ich auch nach dieser Aussage hat man gehört dass ich 3 sapiens auf jeden Fall sein muss weil ich bin der intelligenteste Mensch hier auf der ganzen Welt 1x1 24 ne ihr müsst das so verstehen ne sprechende Früchte oder Gemüse sind 3x sapiens und normale Menschen sind 1x sapiens eh 2x sapiens genau du bist doch schlecht du bist doch schlecht AHHHHH FUCK der Melan nein dann fall ich auch noch runter boah und meine Lache es ist so leicht bis dort ne aber dort einfach Ende ne i'm a crazy motherfucker was wir noch nicht einmal dort drauf gekommen wo wir uns treffen wo noch nie was bist du für ein Mensch ja BITTE ja oh Gott wo bist du wo bist du wo bist du wo bist du sag ich nicht ich hab's gegeben ich hab ich sehs ne doch ich sehs ist das das Richtige gewesen nein hast du es geschafft nein wo hä ahja bist du auf den Ring oder was ich seh ich seh den Ziel jawohl das hast du geschafft nix anderes jawohl ich hab's geschafft jawohl heil heil nein also Freunde ne wir sind Schweizer bekannt nächster also auf jeden Fall würde ich sagen ja mal was anderes jetzt gewesen ich weiß nicht ob euch das gefallen hat ich hoffe schon Freunde bitte komm 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 hau da mal rein ja mal schon ja auf jeden Fall wärs das gewesen für heute Freitag ich hab die Prüfung jetzt für euch hinter mir ich hoffe es wird gut verlaufen ja und ich wedle hier mit dem Handy wieder rum und dann würde ich einfach mal sagen lasst ein like da wenn es euch gefallen hat auch beim Mel natürlich oh ja und ja dann würde ich einfach mal sagen haut da rein und bis morgen tschüss tschüss